Das Buch »Die erste Managerin des Erzgebirges, das Leben der Rosina Schnorr, 1618 bis 1679 von Eberhard Görner« wird am 20. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse offiziell vorgestellt. Darauf machte die Stadtverwaltung Auerbach Schlemer aufmerksam. Mit der Neuerscheinung baut die Edition Klaus aus Limbach-Oberfrohna ihre Programmschiene mit regionalen Titeln weiter aus. Das Buch erschien bereits 2020 unter einem anderen Titel in einem Chemnitzer Verlag und wurde für die Neuerscheinung komplett neu durchgesehen. Das Buch von Eberhard Görner zeichnet die dramatische Familiengeschichte der ersten europäischen Bergbauunternehmerin nach.